im tik tok sollte auch du ehrenlos auszeichnung geben eine funktion geben und ich würde sehr gerne dass man solche wie der konflikt zwischen türkei und griechenland leider hat nie aufgehört und es kann jeden moment anfangen dass einer nach dem anderen soldaten ob es griechen oder türken sind fallen und solche ehrenlosen verdienen durch betteln und den menschen zu hetzen geld für mich ist es einfach nur ehrenlos